Hallo, ich bin die Elma, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Isabel, ich bin 24 Jahre alt geworden. Ich denke schon länger darüber nach, mich unterspritzen zu lassen. Hallo, ich bin Markus, ich bin 44 Jahre alt. Ich bin Susanne, ich bin 36 Jahre alt. Ich kenne M1 seit ungefähr einem Jahr durch eine gute Bekannte. Die Behandlung war super professionell, sehr freundlich. Mein Name ist Carmen, ich bin 54 Jahre alt. Immer in der Behandlung haben wir die Lippen und die Nase unterspritzt. Das war sehr schmerzarm. Hallo, ich bin Sandra, ich bin 41 Jahre alt. Ich schätze an M1 die gute Beratung der Ärzte. Es wurden immer hochwertige Produkte benutzt. Ich möchte etwas frischer wirken und nicht mehr so müde aussehen. Ich möchte einfach jünger und frischer aussehen, aber ohne dabei die Natürlichkeit zu verlieren. Das ist mir besonders wichtig. Ich freue mich schon sehr auf das Ergebnis.